Gerhard Schröder. Die Agenda. Ein Podcast mit Gerhard Schröder. Im Gespräch mit Bela Ander. Hier erscheinen ab sofort immer dienstags neue Folgen. Morgen sprechen wir über die Corona-Krise und ihre Auswirkungen. In der zweiten Folge geht es um Wirtschaft und um Bildung. In den späteren Episoden sind auch Gespräche mit Dritten geplant, wie zum Beispiel mit Vertretern aus Kunst und Kultur. Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.